Musik Bruder, warte mal kurz, ja? Ruhem, Bruder. Warte einfach. Musik Wer bist du überhaupt? Verlasse sofort das Spielfeld. Du wolltest ihn vor und das habe ich kommen sehen. Hä? Wo hast du was gesehen? Hä? Ist doch egal, ich habe es gesehen. Und wenn? Du bist doch kein Schießrichter. Was willst du hier? Was? 1 Minute kein Schießrichter. Heute spielen, los! Bruder, was war letztes los? Egal, vergiss es, Bruder. Egal. Du gehst an Bayern, ne? Oh, was hast du gesehen? Jetzt musst du mich sagen. Du bist eine weiße Schokolade. Egal, du bist eine schwarze Schokolade. Bruder, warte mal kurz. Wo willst du wieder hin? Warte einfach mal. Geil gestern. Jungs, Habibis. Hallo, Jungs. Hört auf, hört auf. Streitet euch nicht. Gewalt ist keine Lösung. Ihr seid Brüder. Hä? Was für Streit? Labert der da? La Cuara, komm mir mal zu. Er isst keine weiße Schokolade. Und du bist auch keine schwarze Schokolade. Lass das sein. Schokolade? Was ist Schokolade? Wer nennt sich schwarze Schokolade? La Cuara, die Sounder geht vernünftig. Was vernünftig? Geil für mich. Ich hab ne Krems reinigt. Ich bin doch nicht fertig. Du mal herr, da laut. Bruder, da laut. Bruder, machen wir gleich. Egal, beeil dich jetzt einfach. Komm jetzt. Warte mal, Bruder. Warte mal kurz. Ich hab eine Vision. Ey, was machst du da? Was packst du meine Freundin an? Ey, bist du blind? Ich bin Spider-Man. Ich hab ihr Leben gerettet. Ey, wovor hast du ihr Leben gerettet? Sie wär fast vom Auto überfahren worden. Ich hab Visionen. Ey, was für ein Auto du voll Spaß. Und seit wann trägt Spider-Man Schuhe? Ey, siehst du nicht, dass überall Matsch ist, du Spasti? Denkst du, ich laufe mit Zoppen rum oder was? Was laberst du? Du bist nicht Spider-Man. Einer wie du ist nicht Spider-Man. Nimm dann! Nimm das! Nimm das! Ey, lass mich drauf. Ey, ich nehm dich auseinander. Guck mal, ich nehm dich auseinander. Mach Bitsch, mein Schiller. Nein, alles gut. Egal, das ist einfach zu mir jetzt. Passt doch mal auf! Du bist ne weiße Schokolade! Alles Woll, du bist ne weiße Schokolade! Ich weiße Schokolade! Was hast du zu mir getan? Hast du mich genannt? Du bist ne weiße Schokolade! Was hast du zu mir getan? Musst du streiten? M-m-m-m-laufe! Okay. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Jaaaah! Scheiße! Scheiße, das war's... Wie ist das denn? Scheiße, das war's... Scheiße! Scheiße! Das ist echt die Parabel! Ich hab den Beifel vergessen, ich hab den Beifel vergessen, ich hab den, oder? Hä? Wer ist das überhaupt? Dein Vater. So einer wie du kann ich ja Fußball spielen. Ruhe ihr alle, Ruhe. Das war's, meine Freunde, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Das war Magidia, jetzt was ganz anderes. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich danke den ganzen Jungs hier, die mitgewirkt haben. War auf jeden Fall lustig. Äh, ja, was wollt ihr noch sagen, Freunde? Auch hier halt die Schnauze. Ja, Freunde, bis dahin, ich sag mal, bis dahin, ich sag mal, bis dahin, euer Younes Jones. Peace out! Peace out! Peace out!